Okay, warte. Ton läuft, Kamera läuft. Hallo, ich bin der Martin. Wir begrüßen Sie zum allehrlichen Semmelbrösel. Wenn drauf kommt der Schlafballwetschufa. Also wir starten heute Semmelbrösel mit Vollkornbrösel. Aus Rangfeld, bitte. Aus Rangfeld, weil du kannst dir nie saufen. Wenn du dort werden die Kippen töst, dann wirst du. Wer zuerst pfeift, das Buhn ein, gell? Ja, und dann wieder. Wo ich gerade bin? Boah, ich bin. Boah, ich bin. Ich bin Gott, ne. Ja. Ich war einfach nicht getragen. Ich war einfach nicht getragen. So voll, ne? Hör! Mh, hm, hm, hm. W-w-w-w-w-w-w! Mh, hm. Mh, hm, hm. Ah, ja! Ah, ja! Hör! 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 Naja, du kannst verschiedene Ohne sehen, wo ich meine. Naja, spring mal das her. Naja. So, liebe Damen und Herren, falls ihr die wohl auf der Karte. Ich glaube, ich bin so lange raus. Na, ich glaube. Mach das gut. Das ist ja kein Netz, oder? Ich glaube, ich bin so lange raus.